ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Leute, 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 ich spiele weiter Savtech AGES. Also, wir lassen gerne ganz drei Sachen vorbereiten, so dass man es kann auf sich machen nur so in einem Ozean, weil wir brauchen nämlich die Aquamarinen Sachen. Eine andere Sache, ich schaue mir vielleicht weggeheule, bis sie mich, wala, ich bringe vielleicht meinen Jam-Mod, oder ne, nicht, ey, ich da nicht. Ich meine, ich bringe mich da mehr von den Snare, so dass ich mehr den Monequill sammeln kann, weil wir werden auch den Monequill so gebrauchen. Dann machen wir das mal schnell, schnell. Ich hoffe, dass wir genug String haben, wenn wir im Fall wo, wie sich das besser, wo mein Material drunter ist. Das geht nicht viel. Also, wir haben nur String effektiv. Ich gesehen, eschen, haben wir auch nur noch einen String. An der Reihe, an dem Fall, was kann ich machen? 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 Okay, interessant. Okay, wenn ich dann noch, ja, schon noch ein bisschen von dem, ich noch drei extra. Und in der Zwischenzeit, wenn ich mich scheuer, dann gehen wir schnell bis bald auf. Du dumm Dariga dumm Da-deeダ-dee-da dumm Da-dee-da dumm Du dat jetzt mit dem Fliess. Totem, Kennst einmal anfangen. Mertz. Die Spezielle da aber auch schnell dran hängengebleiben, ne? Und又 schnell dran hängengebleiben. Och... Okay, boah. Machen wir das schnell hin. Okay, hier ist alle Sonderreihe, das nicht geschieht. Okay, die nächste Sache, was wir brauchen sind. Also, wir nehmen hier ein. Kommandern mal hier, ich weiß es nicht, wir kriegen hier ein paar Rezept, vier Stecker sind hier. Kommandern mal zehn, fünf Steck. Und hier vier. Nicht gut. Ich weiß noch, ob ich nur mehr ein Workknife brauche oder ob da doch mit der Scheuer geht. Ich glaube doch ganz gut mit der Scheuer. Perfekt. Okay, da können wir jetzt nur hier prüfen, den wir machen. Ziele Steck, für genauer zu sehen. Taschen, Strings, brauchen wir nicht mehr. Die extra Coil brauche ich auch nicht bei mir. Die setzen es schon dran. Dann haben wir mehr Inventarplatz. Okay. Ja, ich hatte das zweite, ich rüsten einfach kurz aufgedächtet für Thumbnail, sodass ich die komplett Bronze Rüstung habe. Ne, ich tun das mal da rum zurück und andere. Also, wir fuhren mal hier. Wir müssen nur hier anfangen. Ein bisschen hoch. Also, alles relativ Birgermäßig und so. Ich ging mal vier Stunden, dass wir Richtung Süden gehen. Das klingt nun mal noch eine gute Sache. Weil die Süden haben wir noch nicht so weit erfüllt. Dann ist das vielleicht ein guter Platz für uns zu finden. Ich habe gesehen, dass meine Tools aber auch gut mitgemäßt haben. Ich meine, das leider nicht um meine kleine Vierfall-Matte-Showgarten, wo ich mich da besser am Museum zu tun bei ihnen. So viel wie möglich eben Material zu sammeln. Das war so auf Kamera und statt gemäßt. Das wird meine Waffen richtig gut ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber vielleicht beim Wasser will bleiben. Irgendwann kann kommen im Fluss hier unten. Also, mir groß. Normalerweise sollen sie ja irgendwann mir rausbrechen. Wie ist das bei Minecraft ja nicht immer der Fall. So hier. Schau nur einfach so in Ahnung. Weil wir müssen, wenn wir sicher sind Ärzte, in Wasser. Und das wird nur interessant. Am besten hätten wir einfach wirklich zu mir. Wenn das sich nur zu lange braucht, sowieso schneiden wir noch vier. Ich werde nicht wie leicht gemacht, wo ich dann die ganze Zeit so, Oh, ich werde nur noch vier schneiden. Und dann habe ich schlussendlich knapp gemäht. Und im Moment, wo ich gemäht habe, wenn ich das nur direkt fand. Das wäre ja auch ein bisschen dumm. Und dafür, wir müssen sich nur. Wir gucken jetzt eben ein bisschen kurz hier. Auch was hier haben wir drunter. Wenn du mir von, umso besser, wenn du mir gehst, da werde ich für mich selber mal ein bisschen weiterfrischen. So, und dann gehen wir gucken, dass wir selbst fangen. Natürlich. Eisen, das ist Wolf. Muss noch passen mit denen, denn die können relativ gefährlich gehen. Ja, doch nicht schlecht werfen, wenn ich mir selber mal ein Wolf machen würde. Weil ich hatte ja um den Darkletts fangen, damit die sind nicht nur kommen. Ja, das ist leider schade. Okay. Wieso passt es? Ich weiß nicht, wann es so eng ist wie hier. Was sind die Silberbellen? Was ist denn hier so komisch? Ah, okay. Jetzt beben sie einen von den Neger, wo es ist. Und da rein. Und hier. Und hier. Und das ist die Flüssende, wie ist es? Seventag hat es gefüllt, mit diesem Bion. Wir kommen und schauen, ob wir vielleicht vielleicht etwas finden. Ja, also, was man von der Sinnenfung ist so. Ich denke, mir das nicht, was man sichern. Wir sichern richtig ärzt, so wie der Tal, der man gewinnigt hat vom Einkauf, dass man den direkt so gesehen. Wenn er heute weiß, dass du schon, dass du noch siehst. Keinen die so eine von der Gräse, von der Wasserflasche und so. Keinen da, du bist dann, aber nicht, die Sinnenfung vom Fluss noch immer. Mit gesagt, dass er nicht das ist, ne? Ich würde gerne einen Zähler, für mich schnell schwimmen zu können, in diesem Fall. Boah. In dem Fall, wenn ich versprochen, schneiden ist schwierig, ist das scheiße, selber mal rausfahren, wo wir vielleicht ein Stück fahren, wo wir, ein Meer fahren, wo wir vielleicht ein bisschen mehr lang sitzen können. Das wäre nicht schlecht. Weil, einer sagt, wo ich auch rausführe, dass eben, dass in der Meer eine Höhle sind. Das heißt, da sind in der Wasser, und in der Wasser ist dann ein Loch. Du musst ihn so schnell, wie ich am Anfang durchschrauben können. Mächtens hält die Lachchen von einer auch ab. Und er hat dem Lachers dann, ein Höhle, wo ich normalerweise erforschen kann, weil da noch immer Luft durch ist. Und diese noch, normalerweise, gefüllt dann mit, äh, mit Prismarine. Also Prismarine. Entschuldigung. Hahaha. Äh, Korallium ist es. Voilà. Korallium. Hm. Ich schneide hier. Ich habe gesehen, es ist, dass ich eben so eine Meer, oder selbst eine große Pfanne, wo man einfach Korallium kann fahren. Oder natürlich, falls man einen Korallium-Sumpf fahren. Das ist die Alternative. Oh ja. Das war, heute. Bis direkt. Okay, also ich meine nicht, dass das Platz am Anfang die richtige ist. Mit der Zeitung, ich muss es nicht weisen. Ehe schon gut leer, ein zweites schon gut leer. Zwei Bäume? das ist ein gefährlicher Platz. Ja, ich profitiere davon ein bisschen extra Holz zu wollen. Was meinst du? Das geht ja gar nicht. Aber ja, mein Reis geht direkt weiter, weil es heute schenkt noch immer, nur das See zu sehen. Es sind nicht viel mehr weit losgegangen, wie hier drinnen. Es ist am Punkt Wasser noch gegangen. Und, äh, da ist ein Flotflash mit der Insel durchsteuert. Wer die nicht da, da wäre das wahrscheinlich noch ein Meer. Ich muss aber versichert zu gehen. Dann können wir mal ein bisschen kurz rumplanschen. Moment, da sind Höhlen. Weil wir das sind zum Showgott leer. Können aber ein bisschen testen. Aber da sind Höhlen. An diesen Höhlen, an dem Stil, wo anscheinend können. Kuralium, meinst du anzuschauen mit? Das ist leider nicht so lange mehr. Von daher sind wir nicht sicher. Also nicht so mal direkt, weil hier ist es nicht so. Gut, das war's dann. Nur noch ein Trompettist, du hör noch mal mit den Dekan raus, die Musik spielen, das stört mich nicht weiter. Äh, Luft. Na ja. Na ja. Boah. Da geht mein Reis ein für mich. Ich lese weiter. Allee. Bis gleich. Die zweite kleine Stimme, meine Reis. Und zwar, hier ist etwas komisches in der Landschaft. Überall, diese Cobblestone klotzen an der Birche. Ich weiß nicht ganz, was du mal den zu denen hörst. Ich habe den Bock an mal einen abzuschlauen und zu gucken, wer dran ist. Weil es sind da wirklich ziemlich viele hier. Und was komischer ist, dass keine Stimme, das ist wie gesagt, das Cobblestone. Oh, wow, was läuft da? Ah, das sind die Pflanzen. Okay. Komm mal gucken mal. Nja. So gesehen, ich habe gesagt, es passt so. Also es ist wirklich einfach just eine Gruppierung und Cobblestone die einfach an der Luft sitzt. Also hey, ich kann dann plus das nicht stehen, das ist Cobblestone. Was geht hier auf? Da ist es drin stehen. Und da ist es drin. Interessant. Ich weiß nicht, was die da sind. Ich weiß nicht, was die da sind. ob es nichts geschieht, wie ich denke, die vom Himmel fallen. Oder so. Hm. Aber ich weiß nicht, ich gucke lieber ganz. Weil nicht der Schirm so eine Sache läuft, Mann. und ich weiß nicht, wer ist da. Ich weiß nicht, wer ist da. Ich weiß nicht, wer ist da. so auch hier abzutauchen und da gehört. Ja. Da hat man effektiv so eine Blumenfelder. Und, ähm, man spricht die Pfeiler. Du war halt mal im Duell. Und dann sehen wir dann die ganze wie durchgegangen. Eigentlich hätte ich vielleicht auch eine Markierung machen für das Showgott. Weil wir hier an dem Gewässer. Und das war ein bisschen der größte Gewässer, wo wir vorm tun. Du sind ja auch gut gegangen. Kei Coralium zu fahren. Der T-Shirt ist an dem Fall einfach mal weiter. Ich hoffe, dass wir noch das falsch eben. Also Coralium vorne, ne? Waja, uh, was ist das da denn da? Okay, das ist definitiv der Wert, für gucken zu gehen. Moment, geh nicht grad von Piranhas. Geht das? Wau, eh, Moment. Komm mal hin. Sitzt du drauf? Hahaha, das ist auch nicht im Fluss hängen geblieben. Okay, wau, warte, eh, Moment. Ich will dich ja auch ein bisschen absweisen, dann ist das nicht mehr mit deinem Reis so rundherum der Welt, was auch immer. Ich heiße, den Fluss zu lenken an der echte Persön, wie geht ganz schlecht. das ist der Grund, ich werde ja immer an der dritte sitzen. Also ich mal eine große Field of View. Ich weiß nicht mehr, was rundherum ist. Und ich hätte vielleicht mit der anderen Seite runtergehen. Hm. Komm, guck mal. Weil das Wasser dreht sowieso rundherum. Wir können nicht weiter südlich gehen, indem wir das Wasser runterholen. Ich hatte gehofft, wirklich, dass wir Glück hatten mit den Darklands, dass das heute noch vielleicht auch runterbringt. Wie weiß. Und ich ging stark davon aus, dass dort in einer Spreider-Era und etwas auch nicht umwandeln werden. Die waren schwer. Dass Lava Kontakt mit... Hm. Das war ganz klar, du greifst für Lava, wo ihr Kontakt mit Wasser könnt. Wenn du eben noch effektiver bist. Dass das alles vergeneriert wird, weil du gesagt, in ein Erdblatt, die nicht zum Birch passt. Okay. Du mappst den. Uh, uh, uh. Ich weiß nicht, dass du World-Generations gehen abtauchen. Außer nur die klassischen Stierfans, die sowieso auch Vanilla dran sind. Schaufel. Cringe Karsche, Flint. Die Nation steckt den Jobbrechern auf Flint. Uh, was geht denn da auf? Oh, die Weeds. Also, Washes. Weeds. Weeds. Hm. Interessant. Du hättest, ich hab's mal Zauberer zu tun. Das steht fast. Cobblestone. Und Familie Item. Ah, die sind, äh, geschieselt. Basalt. Twilight Forest. Was Twilight Forest installiert? Oh, wie cool. Hast du das? Das ist eine Dimension, die wir wirklich noch nie gesehen haben. Also, nicht in irgendeinem Let's Play-Up, jedenfalls. Nee, schlussend du. Das Anfamilie hat das noch nicht für Hallo. Nee, ich mach keine, mir das selbst für sich auf der Karte. Cool, was wir hier vorne tun. Ups. Haha. Nee, das wollten wir nicht gesehen. Ah, nee. Stimmt. Fangen wir nicht durch. Ich geh nur mit einem normalen Map-System sichern. Oh, da. Hi. Ich weiß natürlich, was das ist. Ein Schwein? 500 Mal. Heutzack. Boah. Mein Rest muss dann in eine Richtung weitergehen. Süden, äh. Wollte ich weiter gucken, weil, weil die mehr südlich geht, weil die normalerweise auch mehr warme Gebiete sind. Das ist natürlich nicht. Ich habe eine Chance. Ich bin falsch. Komm. Äh, ich habe eine Chance. Und, ähm. Und ein Ozean. Weil Ozean, Plagebiomen, so Sachen, die ich eigentlich ganz gerne unternehmen. Ich gehe mit der Logik einfach hier. Und hoffentlich fahre ich da noch etwas. Hey, Krokus. Brauche ich wirklich nicht. Du hast Bluestone. Was ganz klar erschwertes. Hahaha. Okay. Boah. Allee. Alles gut. Wenn wir Coralium nur fahren nennen. Und zwar definitiv. Außer ich fahren rum, so etwas Interessantes an dem Stil. Dann, das weiß ich nicht. Da war es schon. Haha. Allee. Auf weiter geht's. Also, ich schüsse nur noch eine kleine Stop-up-up-mengarese gemäht, welchen heute könnte ich von tun. Da das ist ein Karate-Zombie. Hahaha. Ich weiß noch, ob ein Apps extra droppt. Und nicht mal mehr lieben. What? Du nöt grad so rot zu fähren. Fahleglos. Was ist das? Interessant. Und das nächste Mal, dem ich hab so fähren gekannt. Ich kann die Mühle doch fähren. Aha. Ja, ob ich den Fall den Zombie wollte ich euch noch weisen. Oh, ich schwöre mir grad an die falsche Richtung. Nach einem ob das ich, ne? Nach einem Aki-Six, ey. Mehr wie gesagt. Wenn ihr etwas Interessantes abkennt, dann weiß ich euch das. Ähm. Ich hoffe wirklich ich dem nicht selbst fahne, weil sonst werde ich mir den Anime-Tot führen. Ich nehme mir das gelesen bei einem FTB-Forum. Und zwar Leute, wieso? Ich habe das Gefühl, dass am Anfang Biomen nicht unbedingt da sind, wie sie ausgesehen. Natürlich, die können einen Busch holen, aber natürlich ist es halt ein Ozean-Biom. Weil die Welt so drüber geschrieben gehen hast. Äh, du haben mir grad noch einen Dörf und... Narin. Der darfst du gar nicht speziell. Auch schon gut leer. Ich fand auch was. Wahrscheinlich für in allem, weil ich halt beim Wasser bleiben oder so, ey. Das ist komisch. Sie sind so weit gegangen. Und das können eigentlich gerne du da. Ja. Es war leid, den hier an. Sie sind in einer Brüche. Boah. Ich geh mal länger los. Was darf vielleicht? Ja. 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 Also. Das haben wir relativ groß durfte tun. Es sind nicht nur zwei Dörf ohne einen. Schöner geschmiert. Von... Geschmatt. Ja. Ja. Schöner, wenn ich hier bin. Hey, schön, sind wir da so ein Häuser. Wenn ihr auf der anderen Seite. Es ist Geschmatt, doch. Und da ist es hier im Schanken. Ok. Oh. Hat ich gesehen, ein Kapitän aus dem Boden guckt. Oh, ich schon nicht drücken durch. Ich anfange, dass der weiter an dem Boden drastet. Das kann auch interessant sein. Also da wird wirklich, dass nicht ganz viel geschieht. Ich werde das wahrscheinlich ein Multifolch sehen, bis das ich mal die Coralie umfahne und dann nur mal einfach mal ein Perfolzen. Einfach ein Erfolgen. Wie weit geht das los? Ist das einfach so ein Wälder auch in der Reihe oder kann natürlich weit weiter hochgehen? Ich gucke mal einfach Treppen. Den müssen wir einfach nutzen können. Ah, du hältst einfach auf. Ah, geht richtig drauf. Okay. Geht das weiter? Ja, ja. Wie cool ist das dann? Es wäre interessant, wenn ich die Neuse buddeln. Aber natürlich nicht super viel davon habe. Es wäre schon interessant. Gut, gut zu wissen. Aber wir wollen ja nicht weit von euch. Das hätte ich vielmals einfach Weltnamisieren in der Morden. Besteht die Möglichkeit immer. Toll, toll, toll. Aber wenn wir das mal gehen machen können, können wir einfach nur noch das Dörf hier. Und noch ein Village. Village. Und wenn ihr mal guckt habt, habt ihr in zwei Schokoladelehrer eingehen. Hier wird ein Schwein. Du hast noch einen Dörf. Weil du nicht noch einen Dörf getauscht hast. Noch einen Dörf. Heißen Schokoladelehrer. Ja. Ja. Ne, weil am Anfang habe es, was ich gelehrt sind. Ob den FTB-Forum. Für uns zurück auf den Punkt zu kommen. Ist das ein Rat? Ich möchte schon ein Rat hören. Und zwar. Da ist eben wie gesagt, das macht die Bio. Aber das hat nicht unbedingt immer stimmt. Und da ist in einem Stein verbessert wird. Für in allem für Coralium zu sich. Und einfach nehmen. Los zu fahren. Du wohnst ein großes Wasserflasch aus. Soll in einem von einem Dowsingroth die ganze Zeit probieren. Die ganze Zeit probieren. Bei dieser und wirklich. Das hat die besten Rewehe aus vier Sekunden. Die ganze Zeit den Dowsingroth schlungen. Die ganze Zeit. Weil ich hier probieren muss, dass das den Dowsingroth löse auszertächt. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit.